Heute möchten wir euch was über die Brandklasse B erzählen. Die Brandklasse B sind flüssige, brennbare Stoffe. Öle zum Beispiel oder Lacke, aber auch Benzin. Brandklasse B, Benzin gleich flüssig, weil Benzin ist flüssig. Wir wollen euch einmal ganz kurz zeigen. Hier haben wir ein bisschen Benzin. Zum Löschen wollen wir in dem Fall den Sauerstoff wegnehmen. Das heißt, wir legen einfach einen Deckel drauf und das Feuer ist aus. Bis zum nächsten Mal.